Hehehe Cam ist aus, weil es ein Spur ist und reden werde ich auch nicht viel und reden Das steht hat nie wirklich verloren. Wer bewähnt ist, wenn die tote Katze bewährt? Was ist das? Das war's für heute. 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 Oh shit. Oh man. 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 Wie viel weiter könnten wir gehen, wenn wir nicht die Bürde unserer Ängste mit uns tragen müssten? Weh! Oh! Ah! Oh! Soll ich was jetzt an der nächste Zahn, dann, ich hab das noch mal. Die Zahn. Also können wir jetzt noch ein Zahn. Oh! 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 und wir haben ihn da. Ok, was ich brauche ist a little bit of attack speed. Das Jenseits kann mich haben, wenn ich fertig bin. Ah scheiße, sie haben sogar geschafft. Richtig bad. Das war auch zur Seite, wenn ich das jetzt nicht mehr beurteilung habe. Das war eine Vorstellung von Sphärpfe. Nach der Dao, der dann sicher ist, dass wir jetzt mit Pat어� Zell oben 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 Ja, das war hin. Ich habe michito fest, dass der Dao oben 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 oben. Das war's für heute. Wenn ich zum Gipfel auflege, bin ich in meiner Vorstellung bereits befallen. So kann es nur noch aufwärts gehen. So kann es nur noch aufwärts gehen. Naja, schauen wir mal, wie viel wir bekommen haben. Oh Gott. Ja, X, ähm... Dein Sting... Duster... Fertig. Ähm... Das sind ja fast... Bronze 1... Gesamtschaden... Okay. Das war's in der Folge. Ähm... Schaltet bei der nächsten Video ein. Und... Ja... Dann geht's wieder weiter mit der Siegesserie. Ich mein, dann sind wir hoffentlich bei 18 Siegen und 7 Niederlagen. Dann geht's wieder hin.